Obersankt Veit ist ein Bezirksteil des 13. Wiener Gemeindebezirks Hitzing und eine der 89 Wiener Katastralgemeinden. Der 1015 erstmals offiziell erwähnte historische Ort bildete 1850 bis 1870 mit dem nach 1800 in seinem Vorland entstandenen unter Sankt Veit. Die Gemeinde Sankt Veit an der Wien und war dann bis 1890-1892. eigenständige Gemeinde im Kronland Österreich unter der Enz. Geografie, Grenzen, Norden, Markwartstiege, Erzbischofgasse, dann südlich der Dominikanerinnen zum Hitzinger Kai, dort Wienfluss bis nach Mantlergasse, Osten, Spurstraße, Beckgasse, Mühlbachergasse, Notartgasse, Teil, Veitingergasse, Volkersbergenstraße. Süden, zwischen Versorgungsheim und Krankenhaus Hitzing am Rande des Hörndelwaldes zur Josef-Listergasse, Westen, Mauer des Leinsatiergartens. Das zur Katastralgemeinde Obersankt Veit gehörige kleine Gebiet östlich der Verbindungsbahn, das von Beckgasse und Mühlbachergasse begrenzt ist, wird heute nicht als Teil Obersankt Veits wahrgenommen. Es liegt dem Ortskern und der U-Bahn-Station unter St. Veit wesentlich näher als deren Obersankt. Veiter Padas, Geschichte, 1969 wurde eine paleolithische Siedlung im heutigen Obersankt Veit gefunden, die die älteste Spur menschlichen Lebens in Wien ist. Als erste urkundliche Erwähnung liegt eine Schenkung Kaiser Heinrich II. an die Bamberger Dombrüder aus dem Jahre 1015 vor. Weitere Namen für St. Veit waren auch Gott Tinesfeld sowie an der Wien und auf der Wien. St. Veit litt im 15. Jahrhundert unter den Truppen des Matthias Corvinus und wurde während der ersten Wiener Türkenbelagerung 1529 und der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 verwüstet. Im Jahr 1762 verkaufte Erzbischof Kardinal Megazzi Schloss und Herrschaft St. Veit an Kaiserin Maria Theresia. Sie ließ die Straßenverbindung von Schönbrunn hierher anlegen, die seit 1894 Hietzinger Hauptstraße heißt und vorher in St. Veit Theresiengasse, später Maria Theresienstraße genannt worden war. Auf dem freien Feld zwischen St. Veit und Alt-Hietzing St. Veitergasse bzw. Straße 1779 kaufte die Erzdiözese beides zurück. Das Schloss in Obersankt. Veit fand später als Sommerresidenz der Erzbischöfe Verwendung. Im Umfeld des Schlosses kam es zur Ansiedlung landwirtschaftlicher und handwerklicher Betriebe. Anfangs stand der Weinbau im Vordergrund. Dieser wurde durch regelmäßige Trockenperioden und den Befall durch die Repplaus immer schwieriger, so dass sich im 19. Jahrhundert die Milchwirtschaft durchsetzte. Seit damals war Obersankt Veit bis zum Bauganzjährig bewohnter Villen eine von Adel und reichen Bürgern bevorzugte Sommerfrische nahe Wien. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ermöglichte die Grundherrschaft eine neue Siedlung zwischen St. Veit und Hietzing, das spätere unter St. Veit. Dort siedelten sich vor allem Gewerbebetriebe und Handwerker an. Zwischen den beiden Teilen der 1850 gegründeten Gemeinde St. Veit an der Wien kam es bald zu Interessengegensätzen, die beide Siedlungen die Trennung anstreben ließen. 1867 im Jahr des Ausgleichs zwischen Österreich und Ungarn wurde die Trennung von der niederösterreichischen Landesregierung genehmigt. Es dauerte dann noch mehr als zwei Jahre, bis die Trennung 1870 effektiv wurde. Man hatte steuerzahlender Betriebe wegen lang über die Grenze zwischen Ober- und Unter-Sankt Veit gestritten. Zum 1. Jänner 1892 wurden beide Gemeinden nach Wien eingemeindet und Teile des 13. Bezirks, der nach dem Hauptort Hietzing benannt wurde. Das 1857 erbaute Gemeindehaus für St. Veit bzw. Obersankt Veit befand sich bis 1891 an der Adresse Hietzinger Hauptstraße 164. Das Haus wurde um 1970 demoliert und 1992 bis 1994 durch einen Zubau zur Volksschule ersetzt. Um das Jahr der Eingemeindung wurde begonnen, die durch Weinbau und Landwirtschaft nicht mehr genutzten Flächen zu verbauen, vor allem mit Villen wie zuvor bereits im Ort Hietzing. Damit wurde Obersankt Veit zu einem der Wiener Nobelviertel. 1904 stellte Bürgermeister Karl Lüger den Antrag für einen Wald- und Wiesengürtel an der Peripherie der Stadt. Seit 1905 liegt Obersankt Veit in einem geschützten Grünbereich, zu dem auch der Himmelhof gehört. Dieser war 1897 bis 1899 Sitz der Künstlerkommune Humanitas des Malers und Kulturreformers Karl Wilhelm Diefenbach in Obersankt Veit hatte die Wiener Austria ihr erstes eigenes Stadion in der Nähe der heutigen U-Bahn-Station. Es wurde 1914 eröffnet, 1922 ausgebaut und bis 1931 von der Austria verwendet, 1945 bis 1955 befand sich Obersankt Veit im britischen Sektor Wiens. Sport in Obersankt Veit sind zwei Fußballclubs ansässig. Einerseits der Ask Obersankt Veit, andererseits der erst 2007 gegründete FC Obersankt Veit. Auch Freizeitsportarten sind bei den Obersankt Veitern aufgrund des großen Angebots ein beliebter Zeitvertreib. Ask Obersankt Veit der Ask Obersankt Veit wurde 1969 von einer Gruppe Hobbysportlern gegründet und spielt nach dem Meistertitel in der 1. Klasse A ab 2015 in der Oberliga A. Das Team trägt seine Spiele am Sportplatz HSV Ü13 aus. FC Obersankt Veit der FC Obersankt Veit wurde 2007 von einer Gruppe Hobbysportlern gegründet und spielte in der Saison 2012 13. in der Diözesansportgemeinschaft in der 2. Klasse A, wo sie den 3. Platz erreichten. Das Team trägt seine Spiele in der Kentlerstraße am Sportplatz Rehstar Penzing aus. Verkehr, siehe Verkehr in Untersankt Veit, die Angaben umfassen auch Obersankt Veit ergänzend ist auf die U-Bahn-Station Obersankt Veit hinzuweisen sowie auf die Bedienung des Bezirksteils durch die Autobuslinien 53 A, 54 B und 54 A. Beliebte Ausflugsziele Leinser Tiergarten von Obersankt Veit ausführt das St. Veiter Tor, Hanvik in das Areal Gasthaus Lindwurm, Gehlengasse, Gasthaus Wildsau, Slathingasse, Grüngebiet Roter Berg, Tratzerberggasse, Notartgasse, Heinz-Nittelweg, alter Ortskern mit Vorortehäusern und Heurigen, Firmiamgasse, Glasauergasse, interessante Bauwerke, erzbischöfliches Schloss am Wolfrathplatz, 1194 Adelssitz 1365 von Herzog Rudolf IV. dem Kapitel von St. Stefan Geschenk, 1529 von den Türken zerstört In den Jahren 1650 bis 1654 entstand nach Auftrag von Fürstbischof Philipp Graf Bräuner ein barockes, repräsentatives Residenzschloss, das trotz einiger späterer Umgestaltungen noch heute in den wesentlichen Elementen unverändert erhalten ist. Baumeister war Domenico Carlon, Steinmetzmeister Ambrosius Rigondi, Richter im kaiserlichen Steinbruch, lieferte das Haupttor und den Stiegenaufgang. Der Stich von G. M. Wischer zeigt das Schloss im Wesentlichen in seiner heutigen Form. 1762 bis 77 Umgestaltung von Nikolaus Pakassi, Wandbilder von Johann Baptist Wenzel, Bergl, später bis ca. 1930 Sommersitz des Wiener Erzbischofs, heute Sitz kirchlicher Schulen, Barockkirche Obersankt, Veit am Wolfrathplatz, urkundlich 1365, 1433 neu gebaut, 1529 und 1683 zerstört. Spätgotischer Chor, Langhaus 1742, Baumeister Matthias Franz Gerl, Obersankt, Veiter Friedhof, Gemeinde Berggasse, mit Mausoleum, U-Bahnstation Obersankt, Veit, Hietzinger Keil bei Franz Buskasse, Architekt Otto Wagner, Jugendstilwohnhaus, Schloss Berggasse 14, Architekt Otto Wagner Junior, Penetheum, heute Kloster des Karmelitenordens, Handweg Erste Kloster und Gymnasium der Dominikanerinnen, Schloss Berggasse, Villa von Hermann Bar, Architekt Josef Maria Olbrich, in der Winzergasse, Ecke Veitlissen Gasse, Grünflächen und Parks, Siehe auch Ausflugsziele, Geerzenberg, Flurgasse, Josefgangel Gasse, Fischer Wiese, China Weiß, Himmelhof Wiese, Himmelhof Gasse, Skilift, ehemals mit einer der Wiener Skisprungschanzen, Streckerpark, Auhofstraße, Urbacher Straße, 1908 anstelle des vormaligen Obersankt Veiter Ortsfriedhofes errichtet, Franz Schmidt Park, Gehlengasse, Prähauser Gasse, benannt nach dem Komponisten, Goldmarktplatz, Berge und Erhebungen, Himmelhof 370 Meter, Gemeindeberg 321 Meter, Gilzenberg 285 Meter, Tratzer Berg 277 Meter, Roter Berg 262 Meter, berühmte Obersankt Veiter, Rudolf Slatin, genannt Slatin Pasha, General der ägyptischen Armee, Generalmajor der britischen Armee und österreichischer Geheimrat, Sein Schwert ist im Bezirksmuseum Hietzing ausgestellt, Franz Schmidt Komponist der österreichischen Spätromantik, Rektor der Akademie für Musik unterstellende Kunst, Fritz Moravec, bedeutender Bergsteiger und Expeditionsleiter, Egon Schiele, einer der bedeutendsten österreichischen Maler und Zeichner, lebte zwar nicht in Obersankt Veit, hatte aber 1912 bis 1918 sein Atelier in der Hietzinger Hauptstraße 101, starb am 31. Oktober 1918 in der Hietzinger Hauptstraße 114 und ist am Obersankt Veiter Friedhof beigesetzt, Karl Wilhelm Diefenbach, Maler und Kulturreformer, gründete 1897 auf dem sogenannten Himmelhof über Obersankt Veit die Künstlerkommune Humanitas, die zur Keimzelle der frühen Alternativbewegung oder Lebensreform wurde. Ihr gehörten zeitweise die Maler Franz Kupka, Konstantin Parthenes und Gusto Gräser an. Der Himmelhof war Vorläufermodell für die berühmte Alternativsiedlung Monteverita bei Ascona. Der Autor Hermann Baer ließ sich 1899 ein tausend neunhundertstel in der Veitlissengasse 7, Winzerstraße 22 von Josef Maria Olbrich ein Haus errichten, das er bis 1912 bewohnte. Karl Popper, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker. Fritz Stöckel, Jurist und Eisenbahnschriftsteller. Fritz Stöck, Jurist und Eisenbahnschriftsteller.